Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Sportvorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG, Markus Grösche, der ebenso für Fragen zur Verfügung steht wie der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Eintracht Frankfurt Fußball AG, Philipp Holzer. Und an ihn geht auch die erste Frage. Philipp Holzer, was war denn letztendlich der ausschlaggebende Punkt für die Verpflichtung von Markus Grösche? Das waren ja intensive Zeiten, die du hattest, arbeitsreich und vor allen Dingen auch dann letztendlich sehr erfolgreich. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Ja, vielen Dank, Jan. Herzlich willkommen an Sie, euch alle, leider nur digital. Ich freue mich bald, dass wir wieder in persona hier uns gegenüber sitzen. Bevor ich auf deine Frage eingehe, Jan, lass mir noch eine Sekunde, um unseren Fußballfrauen zu gratulieren. Ich war am Sonntag live im Stadion und habe da einen überragenden, couragierten Auftritt gesehen. Dieser jungen Mannschaft, die den haushochen Favoriten am Rande einer Niederlage hatte, dass wir da unglücklich in der 117. Minute verloren haben, sehr, sehr schade. Aber mich hat die Performance der Mannschaft, die Art und Weise, wie sie sich präsentiert hat, total überzeugt. Daher von meiner Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team und an den Staff rund um den Frauenfußball und wünsche auch weiterhin viel Erfolg. Auch ein Thema, mit dem sich Markus dann beschäftigen wird. Markus Grösche, warum nach intensiven, sicherlich vier Monaten, in dem wir und die Gremien uns ganz in die Sache der Zukunftsplanung gestellt haben. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzlich meinen Kollegen vom Hauptausschuss, Peter Fischer und Steven Ohrenstein, danken, die sehr intensiv an den Personalien natürlich mitgearbeitet haben. Auch die Zusammenarbeit mit dem Restvorstand Oliver Frankenbach und Axel Hellmann war ganz hervorragend. Ja, die Zeit war intensiv, aber über das Ergebnis sind wir und ich auch stolz. Wir haben uns nie unter Druck setzen lassen. Es stand in einem Vordergrund, Qualität steht vor Schnelligkeit. Und ja, und da ist die Personalie Markus Grösche dabei rausgekommen, war von Anfang an unser Top-Kandidat und hat sich auch in den Gesprächen dann oder in einer Gruppe von Top-Kandidaten, in den Gesprächen hat er sich als klare Wunschlösung herausgestellt. Was hat uns an Markus Grösche beeindruckt? Zunächst haben wir natürlich intensiv ihn recherchiert und auf dem sozusagen Blatt analysiert. Die Vielseitigkeit seines Lebenslaufs war etwas, was sofort herausgestochen ist, und obwohl er erst jetzt 40 wird, im September wird er 41. Gestern hatte ich gedacht, du wirst 42, aber du wirst wirklich erst 41 am 17. September. Hat er schon sehr viel gemacht. Spieler, Kapitän der U19-Meistermannschaft in Bremen. Danach hat er auf einer Position gespielt, die meiner Meinung nach klar andeutet, jemand will Verantwortung übernehmen, hat den Blick fürs Ganze. Ich glaube, das ist ein roter Faden, der durch Markus Grösches gesamtes bisheriges Leben durchgeht. Ein Blick fürs Ganze. Und die zweite Eigenschaft, die uns natürlich sehr beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie er Verantwortung übernimmt. Erst als Kapitän, dann als Trainer aus einer U23, dann als Co-Trainer, dann als Sportdirektor eines Drittligisten, den zu übernehmen, der quasi abgestiegen ist, hier vielleicht eine kleine Anekdote, aber die auch ein Mosaikstein ist, der mich beeindruckt hat oder klar gezeigt hat, wie Markus Grösche tickt. Der hat sich eine Aufstiegsprämie in die Bundesliga, in seinen Vertrag reinschreiben lassen, als Drittligist. Das zeigt, dass er überzeugt ist von seiner Arbeit, dass er Mut hat. Und das geht durch diesen Lebensweg durch, wie ich schon gesagt habe. Der nächste Schritt von Paderborn, in dem er, wo er ja eindeutig gezeigt hat, dass er mit einem sehr kleinen Budget eine unglaubliche Überperformance an den Tag legen kann. Das war für uns wichtig. Jemand, der auch mit kleinen Möglichkeiten sehr gute Ergebnisse erzielt. Habe ich euch ja schon damals am 1. Mai gesagt. Marktwerksteigerung von fast 400 Prozent des Kaders. Und dann auch der nächste Schritt nach Leipzig. Da muss ich sagen, ist Markus Grösche mir das erste Mal aufgefallen. Markus hat, da fand ich die Personalie von Leipzig sehr spannend. Da habe ich mich angefangen, mehr mit ihm zu beschäftigen. Der Schritt ist für mich auch total nachvollziehbar. Internationalität aufzubauen, internationale Erfahrungen, mit einem absoluten Top-Trainer zu arbeiten. Nichtsdestotrotz war auch Steffen Baumgart auch eine hervorragende Lösung. In Paderborn, aber mit Julian Nagelsmann intensiv zwei Jahre zu arbeiten, hat ihn sicherlich weiter geprägt. Internationale Top-Transfers zu machen, junge Spieler heranzuholen, in einer Konzernstruktur zu arbeiten, ist der nächste Schritt. Und ich habe es ja auch schon am 1. Mai vielen von euch gesagt, ein Spieler, der schon mit 28 sich entscheidet, neben seines Fußballspielens ein BWL-Studium aufzunehmen. Das zeigt einiges. A, sicherlich, dass er einen klaren Karriereplan hat. Dass er danach denkt, was kommt nach der Karriere. Dass er weit über den Tellerrand hinaus denkt. Aber gleichzeitig zeigt es mir auch, dass jemand sich selbst einschätzen kann. Weiß, dass vielleicht Fußball alleine ihn nicht bis zum Lebensende ernähren wird, der aktive Fußball. Und das zeigt, dass man, sagen wir mal, ein gewisses Selbstkorrektiv hat, was, glaube ich, in diesem Fußballsport sehr, sehr wichtig ist. Das Umfeld sehr stabil. Und ja, wer Markus Krösche besser verstehen will, der braucht nur seine Hausarbeit lesen. Meine Trainerphilosophie, Abschluss des Trainerscheins, Januar 2018. Das war für mich eines der wichtigen Insights in den Vorbereitungen auf die Gespräche. Und in den Gesprächen hat sich all das bestätigt, was wir in der Analyse festgestellt haben. Er ist ein absoluter Teamspieler. Er hat eigene Vorstellungen, das kann ich auch schon bestätigen, für die er klar kämpft. Aber ich glaube, er ist auch offen für Ideen von außen. Er passt super in unser Vorstandsteam rein. Ich sage bewusst, das sind noch auch junge Leute. Axel Hellmann war genauso alt wie Markus Krösche, als er anfing im Vorstand. Wir sind ein Club, der modern denken muss, der dynamisch denken muss, der kreativ sein muss. Das sind alles Dinge, die Markus mitbringt. Und glaube ich, im Zusammenspiel mit dem Vorstand wird das sehr, sehr gut funktionieren. Ich freue mich sehr, dass Markus Krösche heute hier ist. Und ja, damit würde ich erst mal mein Eingangsstatement beenden. Vielen Dank, Philipp. Wir freuen uns alle. Markus, dann darf ich dich bitten, deine Beweggründe für den Wechsel hier nach Frankfurt bekannt zu geben. Ja, erst mal vielen Dank. Auch immer von meiner Seite auch Hallo in die Redaktion und leider, wie gesagt, auch nicht persönlich. Aber ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir uns dann auch persönlich kennenlernen. Ja, Eintracht Frankfurt ist natürlich ein Club, der natürlich eine riesen Tradition hat und eine riesen Strahlkraft da auch hat. Und ich natürlich Eintracht Frankfurt auch in den letzten Jahren auch immer intensiv verfolgt habe. Gerade diese Europapokal-Nächte, wo einfach außergewöhnliche, nicht nur sportliche Leistungen auch von den Fans und von dem Umfeld, glaube ich, hat Eintracht Frankfurt in Europa bekannt gemacht. Und es war immer für mich so, wenn ich dann vor dem Fernseher saß, immer beeindruckend. Und ich bin jetzt extrem froh, ein Teil davon zu sein. Es ist, glaube ich, macht mich stolz, jetzt ein Teil von Eintracht Frankfurt zu sein. In den letzten Jahren ist ja auch sehr, sehr erfolgreich gearbeitet worden mit Freddy Bobic und auch Adi Hütter. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein, den Verein weiterentwickeln zu können, meine Ideen mit einfließen zu lassen und auf der Basis, die jetzt geschaffen worden ist, diesen Weg weiterzuführen und bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Vielen Dank. Dann kommen wir zu euren, zu Ihren Fragen. Ich bitte um das obligatorische virtuelle Handzeichen. Wer macht den Anfang? Ulrike Sickenberger von der BILD-Zeitung. Hallo, Herr Kröscher. Hallo, Herr Holzer. Hi, Jan. Herr Kröscher, Sie haben gerade schon gesagt, Sie wollen Ihre Ideen mit einfließen lassen in den Entwicklungsprozess von Eintracht. Wie sehen die denn konkret aus? Ja, ich glaube, dass vieles natürlich jetzt auch schon sehr, sehr gut gemacht wurde in der Vergangenheit. Und grundsätzlich passt auch die Art und Weise, wie ihr Fußball gespielt wurde, natürlich sehr zu der Art und Weise, wie ich Fußball sehe. Und das will ich einfach zusammen mit dem Team, zusammen mit den Mitarbeitern von Eintracht Frankfurt auch weiter forcieren. Dass wir attraktiven Fußball spielen, dass wir auch offensiven Fußball spielen, immer auch eine aktive Mannschaft auf dem Platz haben, dass wir sehr variabel sind, dass wir einen Kader haben, der sehr variabel ist, sodass der Trainer dann auch immer wieder die Möglichkeit hat, auszuwählen, in welcher Kombination er welche Spiele auf dem Feld haben kann. Dass wir nicht, dass wir unberechenbar sind, somit auch nicht ausrechenbar sind und somit auch die Wahrscheinlichkeit, nachhaltig erfolgreich zu sein, auch beibehalten. Gleichzeitig ist es für mich auch wichtig, so eine Verbindung zu schaffen zwischen Nachwuchs- und Profibereich. Einfach auch da zu versuchen, die Durchlässigkeit zu erhöhen, sodass wir, wenn es geht, natürlich so viele Jungs aus dem eigenen Nachwuchs dann auch bei uns in der Profimannschaft haben und mit denen dann auch unsere Ziele erreichen und gleichzeitig natürlich auch jetzt bei der Mannschaft, das ist ja schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, die eine sehr, sehr hohe Qualität hat, die punktuell zu verstärken, mit jungen Spielern auch zu verstärken, sodass wir in den nächsten Jahren unsere Ziele erreichen können. Die nächste Frage hat Peter Hess von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Herr Grösche, Herr Holzer berichtete uns von 30-stündigen Verhandlungen oder Gesprächen. Hat das irgendwann mal genervt oder waren Sie froh, endlich mal richtig so Ihr Herz ausschütten zu können, was Sie im Fußball treibt und bewegt? Nein, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Zeit verbracht miteinander. Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht und haben uns über alle möglichen Dinge, die so einen Verein betrifft, wie die Zukunft von Eintracht Frankfurt aussieht, wie auch Philipp Holzer und der Klub, wie die sich sehen. Und ich habe einfach ihm mal beschrieben, wie ich Fußball sehe, wie mein Ansatz ist. Es ist für mich ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, für mich sind halt viele Aspekte, was ich gerade auch schon erwähnt hatte, auch der Nachwuchs und der Profibereich, wie ich das verbinden möchte. Das Scouting ist ein wichtiges Thema und habe ihm einfach erklärt und mal beschrieben, wie ich den Fußball sehe und wie ich glaube, wie wir Eintracht Frankfurt weiterentwickeln können. Und das waren super Gespräche. Es war immer sehr intensiv, haben uns intensiv ausgetauscht und einfach kennengelernt. Und ich fand es sehr, sehr angenehm. Und das muss ich sagen und habe die Zeit auch sehr, sehr genossen. Die nächste Frage hat Benjamin Heinrich von den Fußball News. Ja, hallo in die Runde. Hallo Herr Krösche. Herzlich willkommen in Frankfurt. Danke. Der Umbruch bei der Eintracht ist ja ein bisschen größer. Also es ist nicht nur ein Sportvorstand, der gegangen ist, sondern auch ein Trainer, der gegangen ist. Wie viel Chance ist das denn für Sie als neuen Sportvorstand, da eben diesen Umbruch auch moderieren zu können, sich eben auch selbst einen neuen Trainer suchen zu können, vertraute Persönlichkeiten mitzubringen? Wie sehen Sie diese Chance? Ja, das ist natürlich auf der einen Seite natürlich schade, muss man sagen. Weil es natürlich immer dann, wenn es erfolgreich war, wenn dann Menschen den Verein verlassen, ist das natürlich immer ein Stück weit schade. Auf der anderen Seite, glaube ich, können die Beteiligten auf eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken. Für mich ist es, oder für uns ist es natürlich dann wirklich auch eine Chance, einfach dann auch ein Stück weit die Dinge dann einfach anzugehen. Einfach mit neuem Personal. Neues Personal hat ja auch immer positive Dinge, neuer Input, neue Ansprache. Das sind natürlich alles Dinge, die natürlich dann auch auf die Mitarbeiter oder dann dementsprechend, was den Trainer betrifft, auf die Mannschaft auch wieder Weiterentwicklung forcieren kann. Und von daher ist es natürlich eine gute Möglichkeit, einfach die Dinge jetzt auf der Basis, die wir jetzt vorgefunden haben, weiterzuentwickeln, sodass Eintracht Frankfurt in den nächsten Jahren auch weiter die nächsten Schritte macht und dass wir unsere Ziele erreichen. Christopher Michel von Sport1. Ja, Herr Krische, auch von mir herzlich willkommen in Frankfurt, in der neuen sportlichen Heimat. Sie haben mal bei der Sprubis Ihren Führungsstil so etwas beschrieben und sich auch als Teamplayer, sage ich mal, dargestellt. Jetzt gab es im Sommer noch eine Schlüsselpersonalie bei der Eintracht mit Ben Manga. Vielleicht können Sie erstens, weil Sie ja auch vom Scouting sprechen, schon mal erklären, wie eng war der Austausch mit ihm in den letzten Wochen und Monaten und wie stellen Sie sich generell die Zusammenarbeit mit Ihnen denn vor als Kaderplaner? Ja, Ben ist natürlich jemand, der unheimliches Know-how hat, der in den letzten Jahren hier auch hervorragende Arbeit geleistet hat. Und natürlich haben wir uns in den letzten zwei, drei Wochen natürlich intensiv auch ausgetauscht. Er hat eine sehr, sehr gute Scouting-Abteilung aufgebaut und ist ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Er hat auch ein sehr, sehr gutes Auge, er kennt junge Talente sehr, sehr schnell. Und von daher ist es ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für mich, weil die Scouting-Abteilung natürlich schon ein Stück weit die Basis ist für gute Kaderplanung. Und Ben und ich haben in den letzten zwei, drei Wochen da auch ein sehr, sehr enges Verhältnis entwickelt. Und ich freue mich sehr, sehr auf diese Zusammenarbeit mit ihm. Und von daher bin ich froh, dass er da ist. Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau. Ja, hallo zusammen. Herr Krösch, wie ist es denn mit dem neuen Trainer gelaufen? Das war ja uns so kommuniziert, dass Ben Manger und Oliver Frankenbach das erstmal angeschoben haben. Haben Sie das dann einfach übernommen oder hatten Sie neue Ideen? Oder war Oliver Glasner sofort auch Ihre Nummer eins? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Oliver Glasner von Anfang an natürlich auch der Top-Kandidat war. Er hat natürlich herausragende Arbeit geleistet in Wolfsburg, hat die Mannschaft übernommen, wo sie im unteren Tabellendrittel war und hat sie dann letztendlich in die Champions League geführt. Von daher war das natürlich von Anfang an auch der Top-Kandidat. Und natürlich hat man sich da auch natürlich im Austausch dann auch mit Ben Manger und Oliver Frankenbach natürlich dann die Dinge angeschaut. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Oliver Glasner jetzt unser Trainer ist. Dann springen wir mal etwas in der Liste und gehen mal zu den Frauen in der Runde. Martina Knief vom Hessischen Rundfunk, bitte. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich habe jetzt hier leider keinen Bildschirm, aber das lässt sich vielleicht auch nachholen. Herr Kröscher, ich würde mal gerne wissen, so ein bisschen privat, werden Sie Ihren Lebensmittelpunkt in Frankfurt haben? Wird Ihre Familie mit hier ins Herz von Hessen ziehen? Also ich habe zumindest schon mal eine Wohnung. Das ist schon mal der erste Schritt. Für mich ist es immer wichtig, auch in der Stadt zu leben, eine eigene Wohnung zu haben, weil das natürlich auch ein Stück weit ein gewisser Ruhepol ist, den man dann hat. Und auf der eigenen Kausch zu sitzen, ist dann doch immer noch ein bisschen entspannender, als im Hotel irgendwo zu sein. Momentan ist es so, dass meine Familie halt in Paderborn ist, weil ich zwei schulpflichtige Kinder habe, die auch dort zur Schule gehen. Meine große Tochter auf eine weiterführende Schule geht. Das sind Dinge, die wird man dann sehen. Aber für mich ist es wichtig, eine eigene Wohnung zu haben. Und hier natürlich, weil ich natürlich sehr viel Zeit dann auch hier in Frankfurt verbringe, auch anzukommen, die Stadt kennenzulernen. Und deswegen ist es extrem wichtig, auch eine eigene Wohnung zu haben und wirklich Frankfurter zu sein. Sonja Pahl von Hitradio FFH. Ja, hallo auch von mir in die Runde zu euch nach Frankfurt aus dem Studio. Auch eine Frage an Herrn Kröscher. Wir haben viele sachliche Sachen jetzt gerade schon gehört. Wie sind Sie denn? Sind Sie Bauch- oder Kopfmensch? Das klingt jetzt erstmal, als wären Sie sehr Kopfmensch. Ja, natürlich bin ich ein Stück weit beides. Natürlich, wenn ich Entscheidungen treffe, dann mache ich das öfter mal mit dem Kopf. Klar, man sollte darüber nachdenken. Das macht öfter Sinn. Dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidungen, die du triffst, gut sind oder die Anzahl der Entscheidungen dann einfach höher ist, die dann auch gut sind. Aber natürlich entscheidet auch der Bauch. Ich bin jemand, der jetzt versucht, eine gute Mischung zu finden zwischen Kopf und Bauch. Das merkt man mir jetzt zwar nicht vielleicht immer direkt an, aber ich bin da eigentlich immer auf dem Weg, eine vernünftige Mischung zu finden. Lukas Dombrovski von der Sportbild ist der Nächste. Ja, hallo Herr Holzer, hallo Herr Kröscher. Eine Frage an beide auch. Sie sprechen von Ideen, von Weiterentwicklung. Was ist denn Ihr Anspruch, wo die Eintracht stehen kann, zum Beispiel bis Vertragsebene 2025? Na ja, 2025 ist schon sehr lange. Ich glaube, um das nochmal aufzunehmen, was Peter Hess gesagt hat, in den längeren Gesprächen haben wir sicherlich uns auch intensiv über Rahmenbedingungen auseinandergesetzt. Wir wissen, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, immer auch ehrlich und offen in so Gesprächen miteinander umzugehen, was wir für Möglichkeiten haben. In den letzten Jahren ist es uns herausragend gelungen, unsere finanziellen Möglichkeiten sportlich auch zu performen. Das immer wieder anzustreben, ist sicherlich eine Herausforderung. Wenn ich mich richtig erinnere, war eine der ersten Fragen von Markus an mich, was unsere Erwartungshaltungen an ihn sind. Ich denke mir, da zu landen, wo unser Sportetat ist und wie gesagt zu versuchen, auch zur Performance ist etwas, was wir weitermachen wollen. Ich glaube, den Weg, den wir eingeschlagen haben, über junge Talente zu verbessern. Wir haben sehr viel über Nachwuchsleistungszentrum gesprochen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie wir junge Talente an den Klub binden werden. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, die Einweihung unseres Proficamps wird uns da auch nochmal einen deutlichen Schritt weiterbringen. Wenn wir das Proficamp hier den neuen Spielern zeigen können oder potenziell neuen Spielern zeigen würden, wird das ein Pluspunkt sein. Ich glaube, Markus hat es auch in dem Teil noch nicht so gesehen. Da freuen wir uns drauf. Eine Personalie wie Fabio Blanco ist für mich wegweisend, dass wir so einen Spieler gewinnen konnten, dank auch Ben Mangas hervorragendem Netzwerk. Und ich kann Ihnen auch nochmal sagen, Ben Manga hat eine Shortliste erstellt für die Trainerfrage. Auf der hat auch dann Markus aufgesetzt und die Schnittmenge der Überlegungen war sehr, sehr groß. Es war natürlich klar, dass in unseren Gesprächen die Trainerphilosophie und welchen Trainer Markus gerne haben will, natürlich zu dem Konzept passen wollte. Also ich denke, wenn wir sehr hart weiterarbeiten, wollen wir uns gerne auf jeden Fall da etablieren, unseren Sportetat auch weiterentwickeln. Dafür müssen viele unserer Projekte passen. Da arbeitet ja auch Axel Hellmann sehr intensiv dran. Unsere Digitalisierungsprojekte müssen sich weiterentwickeln. Der Umbau des Stadions, glaube ich, ist ein Riesenmeilenstein. Wir freuen uns drauf, dann irgendwann vor 60.000 Zuschauern zu spielen mit einer unglaublichen Fankurve, die erweitert wird. Und das Momentum wollen wir weiternehmen. Aber insgesamt das weiterführen, was hier in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, das ist sicherlich die Zielsetzung. Zumindest mal vom Aufsichtsrat. Ja, deckt sich natürlich vieles. Deswegen, glaube ich, sitzen wir beide noch jetzt hier. Natürlich ist es so, dass wir sehen wollen, dass wir uns weiterentwickeln im Sinne von eine gute Mischung zu finden zwischen erfahrenen und jungen Spielern. In allererster Linie natürlich da dann auch eine Homogenität hinbekommen im Kader, dass wir in der Lage sind, auch die Philosophie, die uns jetzt in den letzten Jahren schon eingeführt und auch ausgezeichnet hat, einfach auch weiter auszubauen. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wir Werte schaffen müssen. Das heißt, wir müssen und wir wollen in den nächsten Jahren weiter junge Talente rekrutieren, verpflichten, weiterentwickeln, mit denen unsere Ziele erreichen und natürlich dann auch einfach Marktwerte schaffen. Das ist grundsätzlich so. Und das ist immer in Verbindung. Das heißt, in der ersten Linie geht es natürlich darum, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, im Fokus zu haben und dafür natürlich dann auch die richtigen Spieler zu finden oder als allererstes erstmal zu identifizieren, dann zu verpflichten, weiterzuentwickeln und dann auch Transfererlöse zu erwirtschaften. Das ist nun mal so, dass wir sind natürlich dann auch oder müssen dann in der Lage sein, dann auch wirklich solche Werte zu schaffen, dass wir auch Transfererlöser wirtschaften können. Trotzdem natürlich immer den Fokus, unsere Ziele im Fokus zu haben und dass wir die dann auch erreichen. Schauen wir, wen wir noch nicht hatten, in der Liste. Thomas Kirchenstein von der Frankfurter Rundschau, bitte. Ja, schönen guten Tag, Herr Kröscher. Die Fußstapfen, die Ihr Vorgänger ja hinterlassen hat, sind ja relativ groß. Sie hat den Verein innerhalb kürzer Zeit auf ein anderes Niveau gestellt. Ich will jetzt sagen, ob Sie jetzt Sorge haben, daran gemessen zu werden oder haben Sie schon eine Meisterschaftsprämie ausgehandelt? Über Vertragsdetail spreche ich nicht. Nein, aber es ist natürlich so, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass Freddy hier herausragende Arbeit geleistet hat mit dem ganzen Team. Dass Eintracht Frankfurt sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat. Und ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, diesen Weg weiterzugehen. Und ich habe auch keine Angst oder irgendwie vor irgendeiner Fallhöhe oder so. Ich denke, dass ich ein sehr, sehr gutes Team hier vorfinde, mit dem wir unsere Ziele erreichen können und wollen. Und ich will meinen Teil dazu beitragen, diesen Weg weiterzugehen mit Eintracht Frankfurt. Und dann auch unsere Ziele, die wir im nächsten Jahr noch haben, immer erreichen zu können. Jeder hat so seinen Weg. Ich glaube, das ist entscheidend, dass jeder so für sich seinen Weg auch sieht. Und ich habe da meinen Weg und bin froh, jetzt hier zu sein und meine Hilfe bzw. meine Arbeit dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Julian Franzke vom Kicker. Guten Tag, Herr Krüschel. Erstmal eine Frage an Sie mit Blick auf den Transfersommer. Mit was rechnen Sie denn da? Es gibt ja, das bringt ja Erfolg so mit sich. Ja, eine ganze Reihe an Spielern, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Ob der Ichi Kamada, Philipp Kostic, André Silva, allen voran natürlich auch hinten eben an Dicker. Aber rechnen Sie damit oder befürchten Sie da vielleicht auch gleich einen größeren Kaderumbruch managen zu müssen? Und Philipp, vielleicht an dich die Frage, gibt es mit Fredi Bobic ein Agreement, dass der keine Spieler mit nach Berlin nimmt? Weil da tauchen ja auch immer mal wieder Gerüchte mit Kostic auf, ohne jetzt einordnen zu können, wie weiter was dran ist. Danke. Ja gut, das muss man sehen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du erfolgreich bist und als Mannschaft erfolgreich bist, dann werden natürlich auch Begehrlichkeit geweckt von anderen Vereinen, was Spieler betrifft. Das ist normal, aber das wird man sehen. Grundsätzlich ist es so, dass wir keinen so großen Umbruch haben wollen, weil die Mannschaft sehr, sehr gut ist. Wir wollen sie punktuell noch verstärken. Aber sicherlich muss man dann immer sehen, im individuellen Fall, wenn sich ein Spieler verändern möchte und wenn dann dementsprechend auch da, ich sag mal, finanziell dann ein Angebot kommt, dann muss man das immer dann auch sich anschauen. Aber im Großen und Ganzen wollen wir eigentlich keinen großen Umbruch haben, weil wir sehr, sehr zufrieden sind mit der Mannschaft, mit dem Kader. Und von daher ist das eigentlich nicht geplant. Aber wie gesagt, man muss einfach abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Und dann muss man sich das individuell anschauen bei jedem Spieler, wie sich die Dinge dann gestalten. Julian, ich hoffe, du bist da, wo dein Hintergrund sich abzeichnet. Also wenn, dann herzlichen Glückwunsch dafür. Nein, es gibt kein Agreement. Das ist auch rechtlich überhaupt nicht möglich. Wir haben alle mit unseren Spielern Verträge und in Zukunft wird dann Fredi Bobic genauso ein möglicher Vertragspartner sein für irgendetwas wie jeder andere Klub. Da sind wir aber absolut zuversichtlich, die Dinge auch zu regeln. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein abschließender Satz. Die Verabschiedungen von Adi Hütter und Fredi Bobic waren außerordentlich freundlich. Wir haben zwei Verabschiedungen gemacht. Einmal vor dem sportlichen Kader. Da habe ich eine Abschiedsrede gehalten. Und dann haben wir Fredi nochmal ein Ehrenabendessen gegeben mit den Hauptaktionären und mit dem gesamten Aufsichtsrat. Auch das war ein eher emotionaler Moment, als wir uns von ihm verabschiedet haben. Und wir freuen uns drauf, ihn dann auch wieder hier im Stadion begrüßen zu können. Entweder mit seiner neuen Mannschaft oder vielleicht auch zu internationalen Abenden. Nadine Peter für die Verlagsgruppe Rhein-Main und SGE Forever. Ja, hallo in der Runde. Hallo Herr Kröschel. Sie haben bereits viel über Ihre Aufgaben und Ziele mit der Eintracht gesprochen. Auf welche dieser Aufgaben freuen Sie sich denn besonders? Und wo sehen Sie aber auch die größte Herausforderung? Ich freue mich eigentlich auf alle Aufgaben. Also es sind sehr, sehr interessante Aufgaben. Gar keine Frage. Ich glaube, es ist natürlich schon eine Herausforderung, den Kader auch ein Stück weit noch zu verstärken, weil der Kader schon wirklich auch sehr, sehr gut ist. Wir müssen halt da genau darauf achten, dass wir punktuell Fähigkeiten finden, die uns dann auch im Detail weiterbringen. Das ist sicherlich eine große Aufgabe. Auch diese Vernetzung zwischen Nachwuchs- und Profibereich ist sicherlich auch eine anspruchsvolle Aufgabe, weil natürlich das Niveau unserer Mannschaft im Profibereich natürlich schon sehr, sehr hoch ist. Da ist es natürlich für junge Spieler nicht ganz so einfach, den Sprung direkt zu schaffen. Das heißt, wir müssen auch da sehen, dass wir in der Ausbildung noch mehr den Fokus auf den Spieler und da eine ganzheitliche Ausbildung legen, um einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass da jemand dann auch durchkommt. Aber in der Regel freue ich mich auf alle Aufgaben, weil es Spaß macht, weil das auch genau das ist, was ich gerne mache, mich mit den Dingen zu beschäftigen, mit Fußball zu beschäftigen, auch mit Entwicklung von Spielern zu beschäftigen. Und ich freue mich total. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Herr Kröscher, eine Frage. Sie haben eben von Ihrem Weg gesprochen und für gemeinhin, Sie waren jetzt in Leipzig. Das gilt ja so als zweitspannendste Adresse aktuell im deutschen Profifußball. Können Sie mal erklären, warum Frankfurt und was Sie gegebenenfalls aus Leipzig mitbringen? Welche Ideen, welche Ansätze? Danke. Ja, Frankfurt, habe ich ja gesagt, ist ein sehr, sehr großer Klub, ein traditionsreicher Klub, der halt wirklich eine sehr, sehr große Strahlkraft hat. Und mit den Fans und dem Stadion ist es halt das, was mir halt Spaß macht und was es auch ausmacht, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt zu arbeiten. Darauf freue ich mich halt sehr. In Leipzig habe ich natürlich unheimlich viel lernen können. Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit zusammen mit Julian und haben da auch einige Dinge entwickeln können. Und von der Spielweise her, zieht sich das ja auch so ein bisschen durch. In Paderborn war es ja eine ähnliche Spielweise, oder haben wir eine ähnliche Spielweise implementiert, wie es dann auch in Leipzig dann auch ich dann vorgefunden habe. Wir haben das dort auch dann weiter fortgeführt und ein Stück weit weiterentwickelt. Und in Frankfurt wird ja ähnlicher Fußball gespielt, offensiven, attraktiven, aktiven Fußball. Und das ist ja genau das, wie ich Fußball sehe und wie ich Fußball sehen möchte. Und natürlich kann ich dann vielleicht ein paar Dinge dann einfach mit einbringen, auch mit der Erfahrung dann im internationalen Bereich, was ich in Leipzig natürlich sammeln konnte, einfach auch versuchen, die Dinge, die ich dort mitnehmen konnte, einzubringen. So, dass wir als Eintracht Frankfurt uns weiterentwickeln und in den nächsten Jahren erfolgreich sind. Peppi Schmidt. Ja, grüße Sie, Herr Grösche. Hallo Philipp und Jan. Herr Grösche, ich hätte gerne mal eine ganz praktische Frage. Können Sie mir was zum Zeitplan sagen? Wann geht es denn eigentlich weiter? 1. Juli, schon vorher? Oder gibt es ein Trainingslager? Ist da was abzusehen oder ist das noch? Auch nicht geklebt. Wir sind jetzt in den groben Planungen. Wir haben jetzt mit Oliver Glasner schon mal ein paar Dinge besprochen. Wahrscheinlich, das ist noch nicht hundertprozentig klar, aber werden wir dann am 28. starten mit den medizinischen Untersuchungen. Aber das sind Dinge, die jetzt in den nächsten Tagen noch besprochen werden. Ob es ein Trainingslager gibt, wird man sehen. Wahrscheinlich nicht. Aber das sind Dinge, die jetzt in den nächsten Tagen noch besprochen werden. Welche Kapazitäten dann möglich sind, auch bei eventuellen Trainingslagern, auch in Abstimmung dann mit der medizinischen Abteilung, wie dann die Untersuchungen dann vollzogen werden können. Aber so um den 28. wird es dann wahrscheinlich losgehen mit den medizinischen Untersuchungen. Somit dann wahrscheinlich, die dann ungefähr zwei Tage dauern und dann am 30. dann mit dem Mannschaftstraining. Aber das ist so der grobe Plan. Aber die Dinge werden jetzt noch im Detail besprochen und dann werden wir es auch bekannt geben. Ich glaube, bei Marc Heinrich gab es noch eine Nachfrage. Deswegen ging die Hand sehr schnell hoch. Fehler meinerseits. Pardon. Okay, kein Problem. Peter Hess, Frankfurter Allgemeine. Ja, meine Hand war schon früher oben und deshalb ist die Frage so ein bisschen. Jetzt fällt aus dem Zusammenhang. Ich wollte nochmal auf Glasner zurückkommen. Er war ja wirklich sehr früh auch schon gehandelt worden. Und dann war aber das Interesse abgekühlt. Und als Sie wiederkamen oder als Sie dann jetzt tätig wurden, Herr Grösche, war er ruckzuck verpflichtet. Lag diese Unterbrechung oder diese gefühlte Unterbrechung zumindest daran einfach, dass die Ablöseforderungen in Wolfsburg zunächst zu hoch waren? Oder hat er das andere Gründe? Nee, das Interesse ist glaube ich nie, also kann ich faktisch sagen, ist nie abgekühlt. Und es ist so, dass, wie gesagt, der Oliver Glasner immer unser Top-Kandidat war. Aber natürlich, dass wir auch ein Stück weit natürlich Rücksicht genommen haben auf die Dinge, die natürlich dann im Spielbetrieb sind. Und Oliver Glasner war mit Wolfsburg noch im Champions-League-Kampf. Und das ist natürlich dann auch ein sensibles Thema. Und von daher hat sich das natürlich dann auch ein Stück weit etwas verzögert. Das ist aber normal. Und wie gesagt, von daher war es eigentlich immer so, dass Oliver Glasner unser Top-Kandidat war. Und manchmal einfach die Dinge auch etwas länger dauern, bis man den Vollzug melden kann. Christopher Michel von Sport1. So, eine Frage an beide, zuerst Herr Grösche bei der Kaderplanung. Jetzt kam ja sehr viel junges Talent dazu. Blanko wurde schon erwähnt. Auch Ali Ackmann. Sind die nächsten Schritte eher dann erfahrene Transfers? Und welche Rolle spielt dabei eventuell Luka Jovic in ihren Ideen? Oliver Frankbach ließ ja offen, ob sich Eintracht nochmal um ihn bemüht. Und Herr Holzer, es hat ja auch gerade Predi Brubic, seine andere PK in Berlin. Sie haben gerade von einem, ja, netten, freundlichen Abschied gesprochen. Jetzt hat er nochmal ganz klar betont, dass die Eintracht seit Februar oder März 2020 Bescheid gewusst hätte, was los war. Was sagen Sie da generell dazu, dass er das nochmal betont und vielleicht auch nochmal bezugnehmend auf sein letztes Interview? Verärgert Sie das dann trotzdem oder haben Sie damit jetzt weitestgehend abgeschlossen? Vielen Dank. Also was die Kaderplanung angeht, muss man sehen. Ich habe ja gesagt, dass wir eine gute Mischung finden müssen zwischen jungen Spielern, die Potenzial haben und auch erfahrenen Spielern, gar keine Frage. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Tagen, wird sich das jetzt ergeben. Für uns geht es einfach darum, dass wir gewisse Fähigkeiten, die uns vielleicht im Kader noch nicht, die wir noch nicht so haben, dass wir da Spieler finden, die uns dort weiterhelfen, die vielleicht diese Fähigkeiten mitbringen. Das ist jetzt erstmal losgelöst vom Alter und von daher, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen dann ein bisschen konkretisieren. Dann werden wir sehen, welche Spieler, auf welchen Positionen wir verpflichten. Fähigkeiten fehlen denn? Bitte? Fähigkeiten fehlen denn im Kader punktuell? Ja, ich glaube, dass wir im Offensivbereich auch auf Geschwindigkeit setzen. Also ich glaube, dass das, wie gesagt, da uns vielleicht der ein oder andere Spieler fehlt, der der Geschwindigkeit mitbringt, um einfach noch ein Stück weit variabler zu sein. Das ist sicherlich ein Punkt, worauf wir gerade das Augenmerk legen. Und dazu nochmal ganz kurz zu Luka Jovic. Können Sie da vielleicht auch nochmal einen Ton sagen, ob da einmal noch der Stand von Oliver Frankenbach gilt, dass sich die Eintracht bemüht oder ist da jetzt ein Haken dran? Nein, das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Spieler, der ja auch bei Eintracht Frankfurt eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hatte. Und da wird man aber sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Also das sind, wie gesagt, jetzt bei Real Madrid unter Vertrag. Und von daher muss man einfach mal abwarten, wie sich da die Dinge bezüglich dieser Personal entwickeln. Ja, von meiner Seite aus ist, glaube ich, dazu alles gesagt worden. Die Gremien wissen über die Abläufe genau Bescheid. Und ich denke, dass heute der Tag ist. Wir haben uns und ich habe mich jetzt vier Monate intensiv um die Zukunftsplanung von Eintracht Frankfurt gekümmert. Ich bin begeistert über die Personalien, die wir jetzt durchgebracht haben, sicherlich in einem herausfordernden Umfeld, auch sicherlich mit Markus Krösche. Hierzu möchte ich auch nochmal deutlich sagen, Markus Krösche war absolut dann federführend, auch mit den ganzen Gesprächen mit dem Trainer. Und in unseren Vorgesprächen hat ganz eine große Rolle gespielt, welche Art von Trainer erholen möchte. Und diese Schnittmenge war auch mit dem Restvorstand und Ben Manga da. Insofern hat das wunderbar geklappt. Also wir haben da Hand in Hand gearbeitet. Für mich ist jetzt ganz klar, wir gucken in die Zukunft. Wir freuen uns auf den Trainingsbeginn. Wir freuen uns auf das Profi-Camp. Und wir freuen uns auf überragende Abende am Donnerstagabend. Sonja Pahl, Hitradio FFH. Auch nochmal eine Frage an Herrn Krösche. Sie haben es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet. Stichwort Transfermarkt. Luka Jovic-Entscheidung, aber auch, dass Sie hoffen, dass kein großer Umbruch nötig ist. Wie schätzen Sie denn aus Ihrer Position heraus die Dynamik des Transfermarktes diesen Sommer ein? Da gibt es ja viele, die sagen, das wird eh erst nach hinten raus, alles richtig heiß. Wie sehen Sie es auch gerade vor dem Hintergrund, dass ihr eben europäisch spielt und da auch ein bisschen Druck auf dem Kessel habt? Ja, das ist natürlich immer so in den Transferperioden, wo ein Turnier stattfindet. Es ist erfahrungsgemäß so, dass das sich immer ein bisschen zieht, weil natürlich die EM dann auch eine Plattform ist, wo Spieler sich zeigen können, wo Vereine abwarten, ob der Spieler, der abgegeben werden soll, denn vielleicht den Marktwert noch steigert oder nicht. Wir haben jetzt natürlich auch einen Transfermarkt, der extrem von Corona geprägt sein wird, weil jetzt alle Vereine ein Jahr lang ohne Zuschauer gespielt haben, natürlich extreme Einnahmen, Einbußen haben. Von daher ist das grundsätzlich in der Kombination sowieso ein schwieriger Transfermarkt, a durch Corona und den Einfluss, auf der anderen Seite durch die EM, was es dann auch nochmal ein bisschen nach hinten zieht. Ich glaube trotzdem, dass es einen Transfermarkt geben wird, im Spitzenbereich sowieso, weil einfach da dann die großen Clubs dann auch gewisse Mittel zur Verfügung haben. Ich glaube, dass es irgendwann wie so ein Domino-Effekt eintreten wird, dass wenn ein großer Verein einen großen Transfer macht, dass dann so die anderen kleinen Steinchen dann kippen und es danach dann auch der Transfermarkt angeschoben wird. Wann das ist, wird man sehen, aber erfahrungsgemäß wahrscheinlich etwas später. Ich glaube, dass aber es kein Transfersommer wird, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren ist oder war. Marcel Storch von SGE Forever. Ja, hallo Herr Kröckel, hallo in die Runde. Sie hatten die Durchlässigkeit beim Thema Nachwuchs oder von Nachwuchsspielern zu den Profis jetzt schon angesprochen. Die Wiedereinführung von der U23 war ja lange hier ein Thema in Frankfurt. Wolfsburg geht jetzt zum Beispiel einen anderen Schritt mit einem Kooperationsverein. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen über Ihre Ideen und Vorstellungen mitnehmen und wie Talente gefördert werden können aus dem eigenen Nachwuchs, aber auch junge Spieler, die jetzt schon verpflichtet wurden, weiter gefördert werden sollen. Kurz, Markus, bevor du beantwortest, noch die Bitte an alle Journalisten auf Mute zu drücken. Ich glaube, Hartmut, bei dir ist das Mikro an. Man hört Geräusche im Hintergrund. Bitte ich euch zu muten. Dankeschön. Ja, glaube ich, es ist jetzt zu früh, jetzt einzeln über die Themen zu diskutieren, weil in erster Linie muss ich mir natürlich auch erstmal einen Einblick verschaffen über das, was jetzt da auch in der Akademie oder im NLZ dann auch gemacht wird, wie da auch gearbeitet wird. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich wichtig ist für Spieler, so schnell wie möglich Seniorenfußball zu spielen, weil einfach das in der Entwicklung deutlich weiterhilft, wenn man gegen Ältere oder sogar gegen Erwachsene spielt. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Situation, dass wir keine U23 haben, ist halt so, wie sie ist. Und dann muss man einfach gucken, welche Lösungen man da findet. Es gibt halt da auch unterschiedliche Möglichkeiten, auch mit Laien zu arbeiten. Aber das sind Dinge, die jetzt strategischer Natur sind, die wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Das ist ja, Nachwuchsarbeit ist ein langfristiger Prozess, der natürlich auch dann von vielen Faktoren abhängt. Grundsätzlich ist Nachwuchsfußball für mich immer eine Kombination aus Scouting, Nachwuchs- und Profiabteilung. Also es ist nicht so, dass wenn der in der Nachwuchsabteilung keine große Durchlässigkeit hat, dass nur der Nachwuchs in Anführungsstrichen dafür verantwortlich ist, sondern auch der Profibereich und das Scouting. Und Nachwuchsarbeit ist eine Arbeit eines Vereins und als Gesamtes auch. Und von daher sind das Dinge, die wir natürlich in der Zukunft angehen. Aber dafür ist jetzt heute noch zu früh, um wirklich genau zu sagen, welche Maßnahmen man wie ergreift. Weil dafür müsste ich mir erstmal einen Einblick machen oder verschaffen. Und das werde ich in den nächsten Wochen und Monaten auch tun. Ingo Dürstewitz, Frankfurter Rundschau. Ja, Herr Krüschek, Sie haben gesagt, dass Sie den Kader aktuell verwerben wollen, was nicht so leicht ist, weil er ja schon ganz gut sei. Jetzt ist die Mannschaft Fünfter geworden. Viele sind der Meinung, dass eigentlich mehr drin gewesen wäre. Was sind denn die konkreten Ziele? Also wenn Sie jetzt sagen, der Kader soll noch besser werden, heißt das dann, das gibt auf jeden Fall einen Champions League Platz. Und eine Frage noch an Philipp. Du hast vorhin gesagt, wir orientieren uns am Sportbudget. Wo liegt denn die Eintracht im Sportbudget ungefähr? Bestimmt nicht auf Champions League Niveau. Da fange ich gleich mal an. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, Ingo. Da sind wir weit weg davon. Es ist natürlich immer schwierig, genau zu analysieren, was die anderen tun. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was die anderen an externem Kapital hinzuführen. Da ist sicherlich härter spannend. Und ich würde mal sagen, von unseren Analysen sind wir so irgendwo in der Region zwischen sieben und acht. Dass aber ein Sportitar von 95 Millionen wie bei Schalke auch nicht immer zu einem erfreulichen Ergebnis führen kann, haben wir ja gesehen. Das ist einer sicherlich der Faktoren und auch ein langfristiger Maß. Markus hat in unseren Gesprächen einen Satz gesagt. Er glaubt, dass Fußball langfristig auch Erfolg planbar ist. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Aber auf Champions League Niveau sind wir definitiv nicht. Da musst du ganz deutlich in den 100 Millionen Plus Rängen sein. Und vielleicht einen Satz noch zum Transfersommer von Sonja. Würde ich noch hinzufügen, was sicherlich interessant ist. Das Scheitern der Super League hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Transfermarkt. Ich glaube, viele der großen Klub, die die Super League gründen wollten, haben das als Put-Option gesehen und haben ihre kurzfristigen Planungen auf die 350 Millionen abgezielt, die sie hätten sofort bekommen. Da wird es sicherlich auch hier und da schwierig sein. Ich denke auch, dass Fremdkapitalaufnahme insgesamt im Fußball deutlich schwieriger werden wird durch die Entwicklungen. Und von der wirtschaftlichen Betrachtung her, denke ich, wird es auch ein herausfordernder Transfersommer werden. Zielsetzung, glaube ich, in allererster Linie geht es erstmal darum, um die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und das habe ich ja vorhin auch schon mehrfach betont. Es geht darum, dass wir offensiven Fußball spielen, dass wir attraktiven Fußball spielen, dass wir die Fans begeistern. Und ich hoffe, dass sie auch sehr, sehr schnell wieder ins Stadion zurückkommen, dass sie uns unterstützen können. Und darauf liegt der Fokus. Und wenn die Art und Weise passt, dann haben wir auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dann auch Spiele zu gewinnen und viele Spiele zu gewinnen. Dann wird man nachher sehen, wo man dann landet. Ich glaube, dass letztes Jahr, es war eine herausragende Saison, muss man sagen. Und natürlich kann ich die Enttäuschung verstehen, dass man vielleicht die Champions League-Ränge nicht erreicht hat. Aber trotzdem hat die Mannschaft und der Verein ein herausragendes Jahr gespielt. Das muss man auch ganz klar festhalten. Und die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt geht es einfach darum, diese Art und Weise, die uns ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, einfach weiter in den Vordergrund zu bringen. Diese offensive Spielweise, diese Aktivität, diese Attraktivität einfach weiter zu forcieren, den Kader so zu verstärken, dass diese Spielweise noch intensiver umgesetzt werden kann. Und dass wir hier in jedem Heimspiel ein Feuerwerk abbrennen können. Und das ist halt letztendlich das Ziel. Und der Fokus für uns als allererste Linie geht darum, diese Art und Weise noch intensiver zu spielen. Und dann werden wir auch Spiele gewinnen und werden auch mehr und viele Spiele gewinnen. Dann wird man nachher sehen, wo man rauskommt. Feuerwerk abbrennen, da erzähle ich dir später noch was zu. Da müssen wir auch vorsichtig sein im Börding. Benjamin Heinrich, Fußball News, bitte. Ich habe auch eine Frage jeweils an einen. Herr Kröschel, Sie waren ja jahrelang in Paderborn Führungsspieler. Bei der Eintracht gab es jetzt in den letzten Jahren keinen Mannschaftsrat. Kapitän Abraham ist im Winter von Bord gegangen. Es gab also auch keinen echten Kapitän. Wer ist da Ihr erster Ansprechpartner? Gab es überhaupt schon Bespräche mit Spielern eventuell? Wo sehen Sie da vielleicht auch eine Achse von Führungsspielern? Und welche Ansprüche haben Sie selbst auch an Führungsspieler in Ihrem Kader? Und Herr Holzer, man hat den Eindruck, in den letzten Wochen die Personalien, die im Lizenzspielerbereich getätigt worden sind, haben zu keinem Qualitätsverlust geführt. Würden Sie das so unterschreiben? Und haben Sie vielleicht auch den Eindruck, dass die handelnden Personen eine Ära einleiten könnten bei der Eintracht? Also Mannschaftsrat-Thematik, Kapitänsthematik ist natürlich eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss. Das ist ganz klar. Das ist sein Aufgabengebiet. Und da wird er dann auch die richtige Entscheidung treffen. Ich habe natürlich klar, bevor wir den Trainer bekannt gegeben haben, natürlich mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen. Das ist natürlich ein Kevin Trapp, Sebastian Rohde, natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner, auch im Hinteregger, Hasebe. Das sind alles erfahrene Jungs, die auch die letzten Jahre hier auch geprägt haben. Das sind natürlich wichtige Ansprechpartner, auch für mich. Ich glaube, dass es nicht unbedingt immer so extrem wichtig ist, ob man den Leader hat. Ich glaube, dass immer die Gruppe entscheidend ist und du musst halt eine funktionierende Gruppe haben, weil du dann natürlich in der Lage bist, mit einer funktionierenden Gruppe auch, ich sage jetzt mal, individuelle Defizite auszugleichen. Und das ist, glaube ich, das, worauf der Fokus sein sollte. Ich glaube, dass diese Diskussion dieses Führungsspielers oftmals ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil entscheidend ist, dass die Gruppe halt und das Team funktioniert. Und das hat in den letzten Jahren ja hier sehr, sehr gut funktioniert. Und das wollen wir auch weiter so beibehalten. Also ich nehme an, Sie meinen quasi die Verpflichtungen von Markus Krösch und Oliver Glasner, Herr Benjamin, oder? Es gab ja auch noch weitere andere, also jetzt mit Timo Hardung zum Beispiel oder auch im Scouting-Bereich. Also gut, Ben haben wir halten können. Da fange ich mal damit an. Da gab es viel Interesse aus dem Markt, zeigt auch, welche herausragende Arbeit er in den letzten Jahren hier gemacht hat. Das war sicherlich erstmal eine wichtige Personalie, die wir schon im Februar dann klargemacht haben. Ja, und wir sind natürlich schon stolz darauf. Das muss ich ganz klar sagen, dass es uns gelungen ist, einen Sportvorstand von einem Champions-League-Club zu gewinnen und einen Trainer von einem Champions-League-Club zu gewinnen. Das zeigt irgendwie, dass wir hier als Club, glaube ich, sehr spannend sind. Ich möchte auch noch mal betonen, dass wirklich in all den Gesprächen unser Auftreten in Europa uns und mir geholfen hat, Leute zu überzeugen. Also diese Auftritte in Europa haben uns einfach wahnsinnig differenziert. Und auch, was hier insgesamt um den Club passiert. Das ist irgendwie, ich sage ja immer gerne, wir müssen modern sein, um Tradition zu bewahren. Und diese Kombination hat, glaube ich, Markus dann auch überzeugt. Auch die handelnden Personen, die noch hier im Vorstand sind und vielleicht auch in den Gremien. Plus sicherlich dieses Paket. Und da sind wir schon stolz drauf. Und ja, ich denke, dass Timo Hardung und Ole Siegel auch sehr schön reinpassen in das Konzept. Ich glaube, das wird nicht die letzte Personalie sein. Ich habe da schon ein paar neue Ideen von Markus gehört, über die wir noch nicht sprechen können. Aber insgesamt sind wir schon stolz, dass der Club dies geschafft hat. Und das ist eine Gesamtheit von 400 Mitarbeitern, die hier auch über die letzten Jahre eine überragende Arbeit geleistet haben. Das muss man einfach mal sehen. Es sind nicht immer nur die drei Leute oder vier Leute, die an der Spitze stehen, sondern es ist eine Gesamtheit, die hier, die sich eingebracht hat und in den letzten fünf Jahren diesen Club auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben. Und das hat sich in den Personalien auch wieder gespiegelt. Ulrika Sickenberger von der Bild-Zeitung. Herr Krösche, wenn man mit anderen über Sie geredet hat, fiel immer bezeichnenderweise, egal mit wem, das Wort Menschenfänger. Welche Eigenschaften muss denn ein Menschenfänger aus Ihrer Sicht haben? Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann halt immer nur sagen, wie ich die Dinge sehe. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, Vertrauen zu geben, den Mitarbeitern und dem Umfeld drumherum, denen auch Verantwortung zu übertragen und einfach da einen gewissen Umgang zu haben. Für mich ist es wichtig, dass wir bei dem, was wir tun, Spaß haben, dass die Mitarbeiter das Umfeld Spaß haben, dass wir eine gute Atmosphäre schaffen, weil ich davon überzeugt bin, dass Vertrauen, Verantwortung, Spaß bei dem, was man tut, eine gewisse Motivation schafft und darüber dann auch Identifikation entsteht und dann auch Weiterentwicklung. Und für mich ist es einfach wichtig, dass bei dem, was man tut, dass man Spaß hat. Es gibt so drei Dinge, die für mich extrem wichtig sind. Das ist Spaß, Mut und Überzeugung. Und da ist Spaß halt der Punkt eins, weil das ist auch für mich immer extrem wichtig, dass ich bei dem, was ich tue, Spaß habe und dann auch den Mut habe, Entscheidungen zu treffen und diese dann auch mit Überzeugung auch umzusetzen. Und das ist das, was ich meinen Mitarbeitern, meinem Umfeld auch an die Hand gebe und wo ich ihnen die Freiheiten gebe, um einfach eine gute Atmosphäre zu schaffen und gemeinsam, weil du schaffst nie Dinge alleine. Ich glaube, dass das Team entscheidend ist. Ich habe das ja vorhin auch gerade gesagt, was die Gruppe angeht. Du brauchst halt eine funktionierende Gruppe. Und ich sehe uns als Verein, als eine große Einheit, alle Mitarbeiter direkt und indirekt als eine große Einheit. Und ich möchte, dass wir bei dem, was wir tun, Spaß haben und dass wir das gemeinsam schaffen. Natürlich ist es im Fußball oft so, dass natürlich die Aufmerksamkeit oft auf den Spielern und auf den Trainer und auf den sportlichen Verantwortlichen liegt. Das ist nun mal so, aber alle anderen im Hintergrund sind natürlich auch extrem wichtig. Und das ist das, was ich halt für wichtig erachte, die Wertschätzung auch den Mitarbeitern zu geben und einen vernünftigen Umgang zu haben. Und das ist so, wie ich arbeite, so wie ich denke. Und ich versuche es immer so ein bisschen so zu halten. Ich versuche die Mitarbeiter, mein Umfeld so zu behandeln, wie ich auch selbst behandelt werden möchte. Und das ist das, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Wenn dann Menschen sagen, dass ich Menschenfänger bin, okay, akzeptiere ich. Ein bisschen ketzerisch gesagt, klingt ein bisschen nach Anti-Bubic, oder? Ich glaube, wie gesagt, ich habe das ja gesagt, ich glaube, dass Freddy herausragende Arbeit geleistet hat hier. Und ich komme mit Freddy sehr gut klar und ich habe großen Respekt vor dem, was er hier geleistet hat. Und jeder hat seinen Weg. Und von daher, ich habe meinen Weg und den führe ich so, wie ich, oder ich gehe den so, wie ich den gehen möchte. Und hoffe, dass der weiterhin auch erfolgreich ist. Ebi Schmidt. Herr Krösch, ich habe eine kleine Kaderfrage. Es sind ja sieben verliehene Spieler, die zurückkehren sollen, sollten, müssten. Einer ist jetzt schon weg, für uns ein bisschen überraschend, dass der Chor in Mainz bleibt. Kann man da schon was sagen, ob die alle, zumindest beim Trainingsstart, also die anderen jetzt, alle da sein werden? Oder gibt es da vielleicht noch eine Überraschung, dass vorher schon Entscheidungen fallen? Das wird man jetzt sehen. Also was ich sagen kann, ist, dass Danny da Costa zurückkehren wird. Er hat sehr, sehr gute Leistungen in Mainz gebracht und kann uns mit seinen Fähigkeiten auch helfen, unsere Ziele zu erreichen. Alle anderen Dinge wird man einfach sehen, wie sich das jetzt gestaltet. Das ist jetzt eine Sache, die wir mit dem Trainer in den nächsten Tagen besprechen werden. Da ist es jetzt eigentlich noch zu früh, um über Details zu sprechen. Christopher Michel, bitte. Herr Grösche, erstens, gestern tauchte der Bericht auf, dass Sebastian Frank, neue Chefscout, mit bei der Eintracht werden soll. Können Sie das schon konkret bestätigen oder sind es noch Gespräche? Und zweitens noch die Frage, noch mal anknüpfen an Julian Franzke, zu den Abgängen. Ist ein Mann wie André Silva nach der Entwicklung, die er genommen hat, denn realistischerweise für die Eintracht überhaupt noch zu halten? Haben Sie da noch Hoffnung? Ja, natürlich habe ich Hoffnung, weil wir natürlich für den Stürmer ist ja immer wichtig, dass du offensiven Fußball spielst, dass du Chancen hast, um auch Tore zu schießen. Und das, glaube ich, weiß der André, dass es im letzten Jahr sehr, sehr gut geklappt hat und wir wollen das natürlich in der Zukunft weiterführen. Und ja, ich bin überzeugt, dass wir eine Chance haben, dass er bei uns bleibt. Natürlich ist es ja normal, wenn du so viele Tore schießt, so gute Leistungen bringst, dass natürlich auch andere Vereine aufmerksam werden. Das ist normal. In den nächsten Tagen werden wir da mal Gespräche führen, wie auch er seine Zukunft sieht, wie auch die Beraterseite die Zukunft sehen. Wir sind jetzt auch schon im Austausch mit den Beratern, einfach mal, um zu eruieren, was sind denn seine Pläne. Aber wir werden natürlich versuchen, André hier zu behalten, weil das ein extrem wichtiger Spieler für uns ist. Und ihn auch versuchen, davon zu überzeugen, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ihm hilft, weiter Tore zu schießen. Wir spielen Europa League. Das ist eine super Geschichte. Ich meine, wir haben das jetzt ja auch schon öfter erwähnt. Es sind ja sensationelle Abende in der Vergangenheit gewesen. Und das ist ja auch unser Ziel, das in diesem Jahr wieder zu schaffen, dass wir da wieder für Furore sorgen. Und da ist natürlich André ein wichtiger Teil. Und er kann in Europa dann auch in der Europa League auch treffen. Und das sind natürlich Dinge, die natürlich mit reinspielen. Aber das wird man dann sehen in den nächsten Tagen. Gut, wir biegen ein auf die Zielgerade dieser Pressekonferenz. Peter Hess von der Frankfurter Allgemeinen. Herr Grüß, ich möchte schon mal hier reden von den besonderen Fans. Und zur Eintracht-Fan-Ideologie heißt, alles nicht gerade super zu finden, was von RB Leipzig kommt. Haben Sie sich darauf gefasst gemacht, dass Sie vielleicht einen schweren Stand haben könnten? Und wie wollen Sie den womöglich kritischen Teil der Fans von sich überzeugen? Wollen Sie auf die zugehen besonders? Ja, ich versuche natürlich, die Dinge oder meinen Job gut zu machen. Das hilft immer. Dann auch die Leute davon zu überzeugen, dass wir die Unterstützung oder das, was wir jetzt in Zukunft angehen, auch die Unterstützung erfahren. Ich glaube, dass ich sehr, sehr viele Dinge einfach auch mitnehmen konnte in Leipzig, dass es eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit ist. Aber jetzt ist ein neues Kapitel und ich versuche und werde alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind und meinen Job so gut wie möglich zu machen. Und dann glaube ich, dass wir gemeinsam eine sehr, sehr gute Zukunft haben werden. Eine Hand ist noch oben, die letzte Frage. Oder Peter Hess, eine Nachfrage? Man sieht dich leider nicht mehr so ganz. Nein, hallo. Hartmut, bitte. Ich wollte mich, Entschuldigung, dazwischen funken, aber ich habe seit einer Stunde meine Hand oben und irgendwie mache ich technisch etwas falsch. Gerne Hartmut Scherzer, dann darfst du die nächste Frage stellen, kein Problem. Okay, dann herzlich willkommen, Herr Krösche in Frankfurt. Ich bin der Veteran dieser Frankfurter Journalie und begleite seit über 60 Jahren die Frankfurter Eintracht, weiß also immer alles, was los war oder meistens. Und mich drängt jetzt die Frage auf, ist es ihr großer Ehrgeiz, vor allem den André Silva und den Philipp Kostic auf alle Fälle noch für ein Jahr zu halten? Denn das ist für die Europa League, das ist für Frankfurt, für die Freunde, die hier herrscht, wenn Europa League gespielt wird. Und das Wichtigste, wird das die erste große Herausforderung sein, diese beiden Spiele zu halten? Ich werde alles probieren. Ich werde versuchen, zusammen mit dem Trainer beide davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, diesen Weg mit uns weiterzugehen. Ob mir das nachher am Ende gelingt, das wird man sehen, weil natürlich auch das alles Jungs sind, die natürlich ihre eigenen Vorstellungen haben. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist, sie wissen, was sie an der Eintracht haben. Sie wissen, jetzt haben sie ein Jahr ohne Fans gespielt und ich glaube, sie haben es noch gar nicht, Philipp schon eher, aber auch für André Silva natürlich, dann mit den Fans in Europa zu spielen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, der ihm unheimlich viel Spaß machen wird und beiden unheimlich viel Spaß machen wird, uns allen unheimlich viel Spaß machen wird. Und der Oliver Glasner und ich und das gesamte Team versuchen, sie zu überzeugen, den Weg mit uns weiterzugehen. Und dann wird man sehen, ob es funktioniert. Gut, dann war die Frage, ob es eine Nachfrage noch gab bei Peter Hess. Dann würde ich zu Sonja Pahl von Hitradio FFH gehen. Keine Nachfrage mehr. Dann Sonja, bitte die letzte Frage. Oh Gott, immer dieser Druck. Nee, der geht auch in die Richtung. Eine Schlussfrage passt da. Heute, Herr Kröschel, Sie haben ja schon angedeutet, dass das heute, dass es nicht Ihr erster Arbeitstag ist für Eintracht Frankfurt. Und so gesehen auch an Philipp befrage und an beide. Wie ist denn ein 1. Juni, ein erster Arbeitstag bei Eintracht Frankfurt? Haben Sie eine Schultüte gekriegt oder eine Kaffeetasse? Nee, ich habe einen Obstkorb bekommen. Von daher passt das. Also Schultüte hätte ich auch genommen, aber ich habe einen Obstkorb bekommen. Von daher bin ich sehr glücklich und sehr zufrieden. Wir müssen ja die Gesundheit unserer Mitarbeiter hier fördern. Deswegen gibt es nicht Süße, sondern einen Obstkorb. Das ist ja sehr wichtig, weil jetzt soll der Herr hier arbeiten und haben ja auch viel zu tun. Vielleicht noch eine schöne Anekdote auch für euch draußen. Markus Kröschel stand schon vor jetzt fast 19 Jahren auf unserem Zettel. Charlie Körbel hat mir geschrieben, als wir es announced haben, dass er 2002 Markus Kröschel holen wollte und Tony Woodcock die Personalie abgelehnt hat. Sie sehen daraus, wie langfristig wir bei der Eintracht planen. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken für die auch gute Zusammenarbeit, leider nur virtuell. Ich freue mich darauf, Sie euch alle mal wieder live wiederzusehen. Und ja, ich wünsche euch noch erstmal ein paar schöne erholsame Sommertage. Den Worten kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank auch den Zuseherinnen und Zusehern bei MeinAquila und Eintracht TV. Eine schöne Sommerzeit, eine schöne EM-Zeit. Und wir sehen uns dann ja spätestens wieder, wenn wir Ende Juni den neuen Cheftrainer von Eintracht Frankfurt gemeinsam vorstellen. Bis dahin vielen Dank und eine gute Zeit. Dankeschön.